So geht das. Noch mal mal 9.25. Die sind aber nicht zu mir. So, wo lang muss ich? Da lang. Mach ich aber noch nicht. Bisschen Geld. Wie süß. Wie süß. Wie süß. Da zwei Türen, oder bin ich blöd? Ja. Hier geht's weiter. Und hier liegen bestimmt noch ein paar nützige Sachen. Jo, hier. Na gut, Blendgranat ist nicht wirklich nützlich. Aber 3.000 Peseten sind's in jedem Fall. Egal wofür. Irgendwas fällt mir auch noch rein. Meinen exklusiv Dingsbums für... ...die... ...für das Sturmgewehr zum Beispiel. Ich hab bei mir Magnum als Pestolung nicht so. Oh, das doesn't look very friendly. Da ist ein Fahrstuhl. ...die Kohle. Nummer 3.000 ist ja schön. Na gut. Ich hab schon so ne Ahnung... ...was gleich kommt. Das ist der erste Kampf mit unserem... Ja, 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 ja. Ich meine, dass ich das in irgendeinem Video... ...ich meine sogar, das ist das Video gewesen. Wie heißt das noch? Ja, Resident Evil 4 Death Scenes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das war. Dass die da gekämpft haben. Ja, hundertprozentig. Und er trägt seine Schussweste plötzlich nicht mehr. Merkwürdig. Ja, er nimmt das Messer raus. Anstatt die Pistole rauszunehmen. Da ist er doch schon. Seht ihr? Das... Das war das jetzt wieder mit dem von wegen... Hm, was muss man noch mal drücken? Also, Taste 3 war Enter. Und Taste 1 war... SCG links. Und die anderen sind Waffe zielen und Messer zielen. Das muss ich mir angewöhnen, Leute. So, hoffentlich bin ich jetzt direkt wieder davon. Dann kann ich nämlich... Machen. Kann man das überspringen? Nein, kann man nicht. Jetzt sind es bestimmt die anderen Tasten. Seht ihr? Die anderen Tasten. Das Merkwürdige war... ...dass ich sogar die... ...richtige Taste gedrückt habe. Aber wahrscheinlich nicht gleichzeitig. Ach, ist das schön. Oh, ich werde so leiden. Das wird jetzt erstmal ein bisschen dauern. Ihr könnt euch vielleicht schon mal ein paar Minuten vorspulen. Nein. Guckt mir zu, wie ich immer wieder sterbe. Und lacht euch darüber tot. Wenn das noch überspringen könnte. Entweder die oder die. Hm. Ich hab's gedrückt. Es hat nicht geklappt. Hier muss man's ja ganz oft hintereinander drücken. Na. Taste 6. Wrappin' ready. Taste 5. Knife ready. Und ich werde, wenn ich mich jetzt auf diese beiden Tasten konzentriere, sind's wieder die anderen beiden. Man müsste vier Hände haben. Sie sind nicht weg. Anders für sind sich cómo die Schnellw 있었ungen auch nicht in der Victory. Krauser! Ich bin die Если zwei Jahre entdeckten sie? Ist das was sie dir gesagt haben? Du bist derjenige, der hat Ashley getötet. Du hast dich schnell, wie erwartet. Nach allem wissen wir beide, wo wir kommen. Auf jeden Fall sehr oft. War natürlich wohl immer zu früh oder zu spät. Man kann diese scheiß Katze nicht überspringen. Das sieht mich am meisten auf. Ich hab's gedrückt, es ist nichts passiert. Das ist nicht fair. Ich hab's noch gedrückt. Ich halte es jetzt einfach gedrückt. Ich hab's schon wieder gedrückt, aber es hat schon wieder nicht geklappt. Ich hab's schon wieder gedrückt, aber es hat schon wieder nicht geklappt. Na. Wo geht das jetzt die Gang zur Zeit weiter? Weil diese Steuerung einfach nicht reagiert anscheinend. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder völlig ausraste. Wenn sie mehr dieselben Tasten wären, wär das ja leicht. Ist es leider nicht. Ich glaube, natürlich nicht. Wie sollte es auch? Wenn man reagiert diese Steuerung gar nicht. Die Tasten liegen einfach so weit auseinander, ich müsste mir die echt auf alle auf eine Taste legen. Nur für dieses blöde Kickterm Event. Mori war jetzt nicht. Ich hab keine Lust drauf. Ich hab schon wieder gedrückt. Es ist nichts passiert. Es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Ich drück's zehnmal. Es passiert nichts. So, jetzt hab ich Nein gedrückt. So. Und jetzt bin ich wieder beim Speicherpunkt. Warum? Weil ich gegen die Maus gekommen bin und die Maus dann automatisch auf Nein gestellt hat. Perfekt. Ich liebe dieses Spiel. Ah, ich wurde doch Ja gedrückt. Meine Fresse, das muss doch wohl möglich sein. Bei dem wie oft, wie oft kommt dieses Kickterm Event jetzt? Sechs, siebenmal? Er sagt immer wieder ein Wallow. Und jetzt greife ich dich wieder an. Ist es bekloppt? Der Erste, der ist gar nicht so wild. Der Zweite, der ist schon geschissen. Der ist schon lange, Comrade. Krauser? Ich bin in der Crash zwei Jahre vor. Ist das, was sie gesagt haben? Du bist derjenige, der erschützt Ashley. Du hast schnell gewonnen. Wie erwartet. Nachher, du und ich beide wissen, wo wir kommen. Was willst du denn? Hm. Der Sample Sandler hat das alles entwickelt. Das ist alles. Mann ey. Da schafft man das wirklich. Vier, drei oder vier hintereinander. Und dann wieder nicht. Mann. Mann. Das nimmt einen ganzen Part rein, sage ich euch. Krauser. Immer wieder derselbe Text, das riegt mir auch voll auf. Es ist schon lange, Comrade. Krauser. Ich bin in der Crash zwei Jahre vor. Ist das, was sie sagten Sie? Du bist derjenige, der erschützt Ashley. Du hast schnell gewonnen. Wie erwartet. Nachher, du und ich beide wissen, wo wir kommen. Slime! Was willst du? Hm. Ja. Ja. Und schon wieder tot. Das ist echt so geil. Ich empfehle euch wirklich vorzuspulen. Weil das wird ja wahrscheinlich für euch langsam langweilig. Immer diese verfickten Quicktime-Events, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Taste 5 und 6 manchmal nicht funktionieren. Taste 1 und 3 klappt, aber Taste 5 und 6 irgendwie nicht. Das ist echt so geil. Ja. 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 Das klappt. Okay. Dann kann ich meine Hände auf jeden Fall jetzt schon mal an Ort und Stelle lassen. Muss nur aufpassen, dass ich nichts Falsches drücke. Sollte eigentlich für mich als Keyboard-Spieler kein Problem sein, ne? Ja. 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 Wir werden WHERE Wir kamer. Und wir wissen alle, woher ein paar kommen kommt. Deid принципе. Das hat sie, eine Beauftrage Du hast sie involviert, nur für das? Was ist eins? Welches hast du das Nummer eins? Ich hab's geschafft! Das gibt's ja gar nicht! Plötzlich steht da so eins, bist du? Geht das jetzt noch weiter? Oder verpisst er sich? Weil er schiss von einer... Penner! Und dachte so, ja super, jetzt bin ich wieder geliefert. Boah, meine Nerven, Alter! Das heilt dich doch nicht aus! Ja! Ja! Ich glaube, ich sollte dir bedanken, oder? Ah, ich habe eine Idee! Seitdem du hier bist, wieso ich dich nicht an ihn introduce? Er sollte dich beschäftigen. Ich kann nicht den Namen erinnern, oder? Ein Senior-Moment vielleicht. Oh! Oh! Ha, 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 ha! Enjoy the fun! Ja, ich weiß schon, was das ist. Ja, ich weiß schon, was das ist. Also, ich habe es auch in diesem Todesvideo-Dingsbums da gesehen. Also, das ist so eine grobe Ahnung. So, nach zehn Jahren haben wir das nun auch endlich geschafft. Können abhauen. Ja! Grau sein! Was für ein Spacken, ey! Ich hasse den! Und ich werde ihn wahrscheinlich noch mehr hassen, wenn... Naja. Wenn er schon wieder auftaucht. Oh Gott! Das ist doch noch ein bisschen... Oh, nö, ne? Ist ja voll die Nahmache vom Hive. Wetter muss ja auch wieder Dingsens benutzen. Ich sollte noch so mal durchrennen, oder? Wow! Ähm... Ah! Okay. Soviel dazu. Und das war's. Ich wurde gebrutzelt. Naja. Durch den ersten bin ich immerhin durchgekommen. So, wenn ich jetzt nochmal diese ganze Kacke mit dem Krauser machen muss, dann rest ich aber hier. Zum Glück nicht. Scheißteile. Sehr gut. Guck, wie lange ich jetzt hierfür brauche. Bestimmt nicht so lange wie für das erste.